hallo 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 was ich diese folge vorhab ist einen automatischen fischer zu bauen damit wir endlich mal richtig richtig futter haben und genau am besten da so rein das ist optimal genau so dann am besten so ein dreier becken dass man hier auch noch das auch noch ein bisschen mit weg das reicht eigentlich schon das reicht das reicht schon das reicht schon ach so ja okay natürlich dann mache ich hier wieder die kieschen an den kieschen gebraucht machen wir einfach anderen steinen oder so cobblestone so mehr koppelstern habe ich gar nicht dabei jetzt brauchen wir auf jeden fall wasser wasser hat wir hatten hier eine infiniti quelle oder so irgendwo ne da kommen wir nicht dran ja 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 das ist gerade obwohl doch da könnte da könnte ich doch dran kommen man hier drunter greift doch ich bin dran ich hab ihn aber ich glaube ich habe ich habe eine falsche stelle geholt das kann ich da nicht holen kannst dein einmal auch hier oben in den flut von posa ist okay du hast ja jetzt eigentlich eine klasse schauen jetzt kann man ja wieder aus der Mitte nehmen optimal ist ja jetzt schon reicht ja jetzt schon das ganze ding noch ein bisschen so und ich wollte jetzt noch mal kurz zum weizenfett gucken ja ich habe immer gern einmal im inventar ja ich brauche jetzt auch zwei eimer brauche ich auch für die maschine plastik haben wir noch plastik muss glaube ich machen ja ich glaube so auch okay doppelt überwärmen ähm dann brauche ich was brauche ich denn noch es ist echt immer so eine sache ich gucke da drauf ich merke mir das nie das ist echt schlimm äh achso hier nochmal zu zu aquarian sky zurück ähm musste ich nochmal was sagen bezüglich um keff auch nochmal mal in schutz zu nehmen wegen der folgenden zahlen und sowas ähm obwohl ich weiß gar nicht ob das vor der schmelze war oder nach der schmelze es gab nämlich einmal einmal äh wollte ich eigentlich eine timelapse machen wo ich nur sifte ewigkeiten da habe ich irgendwie mehr mehrere stacks äh ähm gravel und und das gesiftet äh ich glaube fast fünf oder sechs stecks und die aufnahme ist mir verloren gegangen bei dem versuch bei dem ersten versuch mal eine timelapse zu machen na ok um das nochmal liebe zuschauer paar folgen zurückgehen und dann ein bisschen wovon geredet genau auf jeden fall alle folgen gucken ja zwischen also weiß ich nicht ob also kann sein dass es da vielleicht da dann mal so ein ding war aber wie gesagt da habe ich nur gesiftet aber dadurch hatte ich dann halt auch material material um schneller voranzukommen ja klar aber das hatte eigentlich noch nichts mit der schmelze zu tun so gesehen das macht keff ja an sich ja auch mit dem er hat ja auch schon mal eine timelapse gemacht und so aber achso ok aber nicht wirklich lang es ging ja halt dieses am anfang mit diesem crook ist es glaube ich diesem holzding da die blätter abbauen und so das wird mich so aufregend glaube ich am anfang ja ist auch ist auch hart aber ab einem gewissen zeitpunkt ist es auch da noch buchst so das weizen könnte ich fast ich habe hier genug holz ok du benutzt wahrscheinlich die unterste unter der ja ich habe hier das untere benutzt ähm ja und jetzt muss ich das noch brennen ok wenn ich vielleicht nochmal zur query schauen nicht dass hier jemand schon klaut und so ach glaub ich nicht dran ach man weiß ja nie man weiß ja nie man weiß ja nie man weiß ja nie aber wir hatten doch glaube ich noch irgendwo ein bisschen warplastik da ich sag doch wir wir haben noch relativ viel warplastik ok ganz klar ich dachte ja wunderbar zack 24 plastik gemacht auch hier rein aber nicht unter mob loop ganz stimmt wirklich ähm ja dann mal will ich mal zur query schauen tu du mal viel spaß dir dabei und eventuell dann auch mal da rund ach quatsch komm nochmal zurück für meine pickaxe nochmal verzaubern auf auf ähhhh tricktouch das ist natürlich nice was ich auch noch eben machen muss mir ein bisschen Erde klauen und dann Fischer anbringen aber ich glaube ich brauche dafür noch ein bisschen mehr Fäden genau dafür hatte ich nämlich Wolle eigentlich in Pulverweiser gestopft aber es war noch zu wenig haben wir noch Kabel ähhhh ja hd energy 3 stück aber ich weiß nicht ob das ich hab noch 2 hd ja das reicht das reicht ja wohl optimal ich brauch nur 2 da kann ich an der Batterie anschließen bringe ich gleich mit wunderbar ja es passt aber ja es passt aber hast du jetzt schon genug oder mhm jaja der arbeitet auch schon alles klar ok dann gucke ich nochmal nach dem redstone furnace dass wir den gleich draufpacken redstone mob counter ok redstone furnace da ist er der ist ja gar nicht so teuer der redstone furnace nö mach ich gleich ein paar mehr gleich so 3-4 stück oder so boah eigentlich mal einen haben wir ja schon mhm ja aber trotzdem redstone furnace kann man immer gut gebrauchen die sind ja richtig schnell ja das stimmt auch das steht hier drauf sehr coole bude lg achso äh wie heißt der dark phoenix dark phoenix ja irgendwie so ah ne ich kann gar nicht so viele machen ich kann nur einen machen und ich hab noch Glas dafür achso ok ähm haben wir hier noch sand drin nein haben wir nicht ähm wir haben noch kabel noch oder nicht dann ja genau kabel pulverisieren oder so war das hier im barrel ja genau hast du gerade wunderbar schmeiß ich da noch mit hinterher auch sand ah sind die fäden schon durchgelaufen sind sie das langt locker ja jetzt konnte ich nur einen einzigen Dings machen aber naja egal auch langen emeralds haben wir noch ich brauch nur einen dafür willst du vielleicht auch silk touch auf deine picke mhm auf meine picke ich bin so am überlegen ja 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 komm ok dann brauche ich da nochmal ein gold ein gold ähm was soll ich den jetzt noch machen ich vergesse das immer das ist so ätzend da Brick haben wir noch Bricks nur diese Shared Bricks ne mhm äh haben wir hier Shared Bricks ja ich brauch normale Bricks achso achso äh Clay haben wir irgendwo Clay genau hatten wir nicht oben in der Cork ja aber da ist noch Clay es waren drei Clay oder so ja da kommt schon Fisch raus mhm also ungebratener Fisch kommt da sollte schon raus ploppen einfach so im Stand ja guck ich nochmal hier eben nach Clay ja nur 20 20 optimal 20 müssen reichen da 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 hat jemand unsere Query gesichtet vielleicht echt ja ist hier Arexo LP lol der ist da irgendwie der fliegt da gerade rein irgendwie selber schreit achso ok er hat ein Jetpack das kann sein das kann gut sein ja wir haben glaub ich die 2. höchste Jetpack äh nicht die 2. höchste sondern die 2. niedrigste da gibt es ja auch noch 4 Stufen von sooo dann einmal so einmal so sick touch schmeiß ich dir mal zu den musst du auf deinen Pickaxe packen wunderbar dann brauche ich nicht hab genug gebraten das kann man kapauern geh ich mal dahin zur Query oh wir sollen doch ND ok interessant was dann er hat gerade geschrieben aber wir sollen doch ND ähm nicht Query sondern äh Chunkloader ja ja Chunkloader sind doch paar Monster vielleicht soll ich dann nicht so nah an den Maschinen stehen joa Cobblestone ist definitiv wieder voll aber die Kisten sind erstmal genug ja Cobblestone können wir wieder packen ja ne du kannst noch eine Menge in die Kisten rein oh jo da liegt eigentlich so frisch schon 5 Stück einiges äh oh oh Creeper Creeper nein Creeper ich beschütze dich von den obenen Bogen wenn ich einen hätte oh aber wie sehe ich den Creeper noch nichtmals aber so locker mit dem Cleaver ja ja das ist richtig das oh wir haben ne das ist ein nasser Ziel ich würd grad sagen ja Arexu ist unten bei uns ne wenn er dann nicht mehr rauskommt dann Problemen dann muss er sich hochbauen ich würd das irgendwie schon irgendwie feiern er war selber schuld ja ja klar das muss für 2 reichen jawohl das reicht für 2 optimal oh na falsch zack dann brauche ich was brauche ich da noch für n Redstone für Unhaze ah du hast mal diesen Silk Touch da stimmt hattest du ja gesagt mein Gott da ja ich baue ihn jetzt auch an der Treppe wo er nicht wieder rauskommen könnte ähm auch noch da unten wertvolles oh Redstone haben wir gar nicht mehr viel noch ein einziges Deck ne ich hab noch welche im Inventar ah gut falls was ich mal inzwischen durch mache ist das Silk Touch auf die Spitzhacke sieht doch scheiß aus auf der Spitzhacke ne aber na gut ja der ist ja unten irgendwo in der Höhle ähm 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 mein Gott ich vergesse immer was ich machen will dann so ein komisches Reception ok ja mein Gott haben wir ähm ein Gold hab ich schon ein Gold hab ich schon ein Schmuckloder ja und natürlich bleibt in unserem Query das ist etwas böses wieso wieso oh falsch geschrieben Chuck Loder egal Chuck Norris Loder weißt du hier der macht alles perfekt ja was mach ich denn warum ich das nicht einfach so so fragezeichen optimal so und da ist der Redstone Furnace ah jetzt fehlt mir so wahrscheinlich über das Kabel ah jetzt hab ich ihn natürlich nicht ah ok es ist noch eine Minute zwanzig was eine Minute zwanzig jaja bei mir steht noch vier Minuten sieben oder so äh ok ja ok dann eine Minute zwanzig ist besser weil ist besser ich weiß nicht wir waren bei mir auch noch zehn Minuten eingestellt obwohl das passt dann ja auch nicht so ganz ja und wenn wir dann ein bisschen weniger haben ist auch nicht schlimm dann arbeiten wir wenigstens die ab die wir hier zu viel haben ja ich auch oh jo mach mal ich will nicht Holz sollten wir das Holz auch übertragen waaaaaas ja stimmt eigentlich hier nochmal auf dem Weg nach oben haben ey lass mich da durch so hat er jetzt nicht warum arbeitet der Redstone Furnace nicht das verwundert mich jetzt aber grad ein bisschen ähm der läuft doch mit Strom ne ja 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 genau der ist aber ach vielleicht vielleicht ist das Stromkabel da angeschossen wo er nicht wo er nicht kann ähm doch eigentlich ist es wurscht ich hab's vorne dran angeschlossen achso ok dann ja das Problem ist es reicht einfach nicht für komplett und er führt ein einziges Stromkabelfilter ja da bimmelt mein Timer ja dann würde ich sagen unterbrechen beenden wir hier die Folge erst einmal ja ich will mich kurz mal in Sicherheit bringen mhm das ist gut die Idee so ähm Platz habe ich hier im Inventar das wird auch schon leerer so hier ist schon mal ganz nett äh sicher ist das hier nicht aber äh ich brauch mich einfach kurz zu fahren mir ist jetzt eh Tag also achso sollte eigentlich nichts Großes passieren ich muss jetzt noch ein Harden Kabel oder so machen naja ich bin ja bin ja unten in der Hüge du meintest du hättest noch Kabel ne ach shit die hab ich ja 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 egal egal können wir gleich machen aber jetzt will ich erstmal die Folge beenden ich sag checkt auf jeden Fall die anderen Kanäle aus auf jeden Fall ist Pflicht muss sein genau ja dann sag ich mal bis zur nächsten Folge lasst einen Daumen da wenn es euch gefallen hat genau das sollte ich auch noch dazu sagen falls nicht auch eine negative Bewertung und wenn ihr Lust habt genau alles keine Mussleistung alles kann es ist ja YouTube es ist ja kein ProSieben äh ja gut okay bis zur nächsten Folge bye bye Tschüss